So, liebe Leute, da sind wir wieder und wir haben einen Turm zu erklimmen. Da sind wir wieder, wo sind wir denn genau? Mal ganz kurz gucken, wo der Speicherpunkt mich jetzt hier rausgeschmissen hat. Ach ja, genau, genau, genau. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ja, 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 ja. Muni, kann ich die gebrauchen? Ne, kann ich nicht. Ich gebe mal wieder die Schrot. Gut, weil das Maschinengewehr ist ja doch ein bisschen eng jetzt, ne, gerade hier. Benzin war auch wieder da. So, dann gehen wir mal durch. Was haben wir denn hier? Klettere den Turm hinauf. Jawohl, ja. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Äh, na super. Munitionskiste. Dann kann ich da auch mein Schätzchen wieder nehmen, mein, äh, Dings hier, Schätzchen. So. Was sagt denn die Karte? Die dreht ein bisschen am Rad. Wir können auf jeden Fall auch runtergehen und das würde sich auch lohnen, wie es aussieht. Jetzt ist nur die Frage, wo geht's hier runter? Wahrscheinlich müssen wir den Dingern hinterherrennen. Mach ich mal. In der Hoffnung, da hinten geht's runter. Jawohl. Cool. Bewegt sich hier was? Hier bewegt sich nix, oder? Aha. Da ist schon der Erste. Ich nimm mir mal den Ding. Du brauchst es ja nicht mehr. Vielen Dank. Wo die sich alle versteckt haben hier immer, ne? Feiglinge. Alles feiglinge. Alles luschen. So, das war der. Dann kommt da jetzt noch eine, ähm, Node. Und... Ach guck mal, das Graue ist wirklich... Da war man noch nicht. Da oben waren wir noch nicht. Aber da hinten, da waren wir... Doch, guck mal, ist jetzt... Jetzt ist alles blau. Beim letzten Mal war es irgendwie grau, ne? Naja. Huch. So. Kann man da was sehen, da oben? Nicht so wirklich. Hier ist ein... Ja, das können wir mal machen. Sehr gut. Ach. So, voll. So, ich gehe erst mal hier weiter. Uh. Cool. Am Boden sind wir jetzt. Und es geht noch weiter runter. Ist irgendwas wie ein Hebel oder so? Was ist das? Das war eine Rüstung. Das ist noch eine Wumme. Die haben wir aber schon. Gut. Wir gehen ein Stückchen weiter runter. Auf mit der Luke. Und... Hinein. Auf Parallschutz. Gut, dass wir den haben. Ach schön. So. Ach du... Ach du Heilige. Ach du. Äh. Wer bist du denn? Wer ist das? Oh 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 oh. Jetzt ist er weg, ne? So. Ich dachte, es ist dein Endgegner. Aber es scheint... Na komm her. Oh. Da sind ja noch mehr. Uah. So. Dich nehme ich schon mal. Ich brauche deine Gesundheit. Achtung. Nein, 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 nein. Was ist jetzt los? Nein. Ah. Verdammt. Okay. Ich war nicht vorbereitet. Ich dachte, wir finden da noch was. Ähm. Dann müssen wir aber... Warte mal. Ich komme jetzt nicht mehr raus, ne? Ich komme durch die Tür jetzt bestimmt nicht mehr raus. Ähm. Warte. Ne, ich komme da nicht mehr hoch. Scheiße. Warte mal. Ich will die Karte haben, Junge. Äh. Da oben komme ich jetzt nicht mehr hin, ne? Wie wäre man denn da hingekommen überhaupt? Oder muss ich dann von irgendwo anders hier wieder runter? Das ist die Frage. Vielleicht von da oben runterspringen. Das könnte natürlich sein. Naja. Jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen... ...aufräumen. So. Da kommt der Schmiesgeselle gleich wieder. Auts. Da ist er. Hallo. Schnuckerchen. Oh, 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 oh. Und? Hatsch. Hahahaha. So. Jetzt müssen wir das kleine Rückgröße hier weghauen. Wenn ich's denn finde. Das ist ein großes Rückgröße. Da oben ist kleines. Die brauche ich mal eben. Oh, oh, wo bin ich denn jetzt? Hilfe. So, ich renne mal wie ein hasenfüßiger Hasenfüß hier durch die Gegend. Wo seid ihr, Leute? Was hab ich denn hier für ne Dings? Das ist ja komplett die falsche. Na, komm schon her. Äh... Eingesackt. Na, wo seid ihr denn alle? Da. Oh, oh. Ja, ah, 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 ah. Mist. Hm, 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 hm. Oh, oh. Sollte nicht hier stehen bleiben? Oh. Habe ich denn noch Kettensäge? So. Ich guck mal. Habe ich Kettensäge? Ich habe Kettensäge. Wo seid ihr denn, meine Freunde? Da oben. Gib mir mal ein bisschen Muni. Dankeschön. Habe ich auch gerne genommen natürlich, die Rüstung. Pass auf. Pass auf. So, war hier nicht noch ein Dicker. Da ist er doch. Oh, schade. Oh, schade. Schon tot? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich höre doch irgendwas. Äh, ich benutze gar nicht die Granaten, ne? Hä? Ja. So, ist jetzt mal gut hier. Ah, Gott sei Dank. Waffenpunkt erhalten. Was sollen wir jetzt da machen? Was soll ich denn da machen? So, ich gehe jetzt erstmal dahin, wo es ein bisschen ruhiger ist. Ah, wir müssen jetzt alle diese Dinger hier wahrscheinlich aktivieren oder deaktivieren oder was auch immer. Aber ich checke einmal kurz die Karte. Dahin ist noch Rüstung. Die brauchen wir aber nicht unbedingt. Und ansonsten ist hier laut Karte nix. Ähm, jetzt ist die Frage, wie kommt man da hinten hin? Hier hoch geht ja nicht, ne? Nee. Natürlich nicht. Muni, falsch. Da haben wir, glaube ich, Shells für die im Schrot. Das sind Raketen. Hätte ich natürlich auch verwenden können. Da oben ist noch... Äh, hallo? Da. So. Ähm, du siehst mir so aus, das könnte man irgendwie... Aber nicht von hier. Das könnte man mit dem Ding hoch. Ah. Achso. Ist das auch richtig? Da hätte man bestimmt die andere Seite nehmen können, oder? Da hinten die. Gehörst du bitte nochmal runter? Äh, ja, danke. Dann kann man auch das Teil drauf. Nimm ich mal an. Vermute ich mal ganz spontan. Aber ich will jetzt erstmal hier gucken. Ist das die richtige? Nein, das müsste die da links sein. Hier geht aber nix hoch. Ich will trotzdem mal hier gucken. Ähm, da kann ich dann drauf. Da auch. Ich will aber hier, weil hier ist doch das... Ja, nicht ganz. Aber egal, da gehe ich mal gucken. Oh, das ist wurscht, welchen man hier nimmt. Das kann natürlich auch sein. Na, komm schon. So. Ist schon krass hier, ne? Nein. Ah, da hat er sich schon ein bisschen mehr auf die Fresse gelegt. Ähm, das war doof. Ich dachte, da könnte man vielleicht drauf. Aber nö. Nützt mir das jetzt hier? Ähm, warte mal, von hinten habe ich... Ein Tor des Akkumulators zeigt, dass er sich der Spitze der Argent-Einrichtung näher. Wenn sie den Akkumulator in der Nähe des Argent-Strahms zerstört, könnte sie ein Tor in deren Welt schaffen, das wir niemals schließen können. Ein Tor in ihre Welt schaffen. Na, das will doch keiner, oder? Überhaupt nicht nervig, das Ding. Ach, sieh mal, da werden wir auch hier hochbekommen. Aber ich will wissen, wie ich da hinten an das Figürchen rankomme. Ähm, da oben ist auch noch eins, aber da unten ist doch eins. Ähm, da unten ist eins. Und das ist ein Ticken blau hier sogar, guck mal. Ich schaue mich mal ein bisschen hier um, ne? Hm. Hm. Hier kommt man einfach nur von überall auf diese Plattformen drauf. Aber ansonsten... Nicht. Da geht's noch weiter hoch. Ich will aber eigentlich runter. Ich will zu der Figur haben, man. Was ist das da eigentlich? Grummel, grummel. Guck mal, wenn ich jetzt, ähm... ...den da nehme, ne? So, wenn ich jetzt den da nehme und dann hier mal auf die Plattform gehe... ...da hinten geht's ja nicht rein. Ist hier vielleicht irgendwie eine Lücke drin oder so? Nee, ist noch nix. Wie kommt man da hin? Ich geh nur einmal runter. Alter. Oh, da kriegst du aber schon ein bisschen Gänsehaut. Ach, und die Tür ist zu. Also zurück geht's nicht mehr. Mann. 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 Was sind das denn eigentlich für Dinger hier? Okay, das fährt auch hoch. Hm. Wieso fährt das denn auch hoch? Komm mal runter, du Trödelnase, du. So. Was ist denn da irgendwas? Die Dinger sind einfach nur platt. Da kommt man, glaube ich, auch nicht weiter. Hier sind wir auch wieder einfach nur oben. Was passiert denn, wenn man auf die Dinger geht? Nix. Wär das überhaupt hier? Nö. Bin komplett falsch. Aber wirklich hoch? Komplett falsch. Tja, wie kommt man da hinten hin? Da geht's eigentlich nur noch weiter hoch. Wieso ist diese eine, hier, das da, das irritiert mich gerade, dass diese eine Plattform hier, ähm, so ein bisschen bläulich ist. Hätte man von da rüber gemusst oder so, aber da war ja nix. Kann ich da nicht durch? Nö. Aber die Luke, durch die wir gekommen sind, aber die Scheißtür ist ja wieder zu. Mann. Irgendwie was, was wie ein Hebel aussieht, die wird hier auch nicht. Hm. Nee. Also da muss ich, glaube ich, echt nochmal extra Runs machen, um die ganzen Hebel und alles zu finden. Das ist ja... Die sind echt gut versteckt, die Dinger. Was ist das denn hier überhaupt? Sieht so auffällig aus. Ist aber nischt gar nischt. Hm. Tja. Tür zurück zu. Max. Max Rüstung. Gut, dann gucken wir nochmal oben. Das Ding kommt gerade. Hey. Was ist denn da noch unten? Na? Was ist denn das? So, komm. Einmal hoch. Wo sind die Plattformen? Ich glaube links. Oder? Ja. Alter. Was war denn das für ein Sprung, bitteschön? So, jetzt können wir eigentlich nur noch links oder rechts hoch und es wäre besser, wenn wir rechts gehen. Weil es da vielleicht irgendwie ein Schacht ist, der wieder nach unten führt oder so. Boah, das war knapp. Jetzt müssten wir da rüber. Hier ist aber nix, ne? Ne. Okay. Ähm, was soll man denn das machen? Oh, das Geräusch ist zum Glück überhaupt nicht nervig. Gar nicht. Na, da nervig. Ich kann mir nicht vorstellen, wo hier aus dem Hebel sein soll oder so. War hier nicht nur irgendwie ein Figürchen? Ach, weiter unten. Ach, toll. Warte. Irgendwo unter uns hier. Da. So, das haben wir zumindest gekriegt. Aber jetzt hängen wir wieder hier fest, oder? Das haben wir noch ein Modell. Lila Typ. Aha. Jetzt hänge ich hier fest. Toll. Äh, kann ich ja am elegantesten hier jetzt wieder zurück. Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017